Ohne das Werk des Heiligen Geistes würde kein Mensch an Jesus Christus glauben. Er rüstet uns mit Kraft zum Dienst aus. Es muss eine innere Lebendigmachung durch den Geist erfolgt sein. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir und wir wollen heute zwei kurze Textabschnitte lesen und ich werde in der Predigt immer wieder auch auf diese Texte Bezug nehmen. Einmal Johannes Kapitel 14, Vers 16 und 17 und danach Johannes 16. Jetzt erstmal Johannes 14, Vers 16 und 17. Vers 16 und 18. Und dann Johannes 16, Vers 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Amen. Nehmt gerne Platz. Das Erste, was wir in unserem Text sehen, ist, dass die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, wie wir hier gelesen haben, die Verherrlichung von Jesus Christus. Jesus sagt in Kapitel 16, Vers 14, er, das ist der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Nein, das ist der Hauptauftrag, den Sohn groß zu machen. Zweitens, was ist der Job noch? Er bezeugt die Wahrheit. Die Menschheit ohne Christus folgt dem Vater der Lüge. Und das sehen wir. Im Großen wie im Kleinen. Und nun sagt Jesus, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Geist der Wahrheit. Halleluja. Drittens. Er schenkt auch die Wiedergeburt. Ohne das Werk des Heiligen Geistes würde kein Mensch an Jesus Christus glauben. Niemand. Jesus sagt, Johannes 14, 16, 17, ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Die Welt, das bedeutet Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, können den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Das ist ein hartes Urteil. Aber es ist die Wahrheit. die Welt, Menschen ohne Gott, können auf sich gestellt den Geist Gottes nicht haben. Deswegen ist es auch falsch, in dieser Weise davon zu sprechen, wir alle sind Kinder Gottes. In der schöpferischen Weise, ja, er ist der Schöpfer aller Menschen, aber in der geistlichen Weise überhaupt nicht. sie haben den Geist Gottes nicht. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und jetzt vielleicht geschockt bist, weil du dachtest, dass die Mitgliedschaft in einer Kirche gleichbedeutend ist, dass du den Geist Gottes hast. Die Mitgliedschaft in der Kirche bedeutet überhaupt gar nichts. Sondern es muss eine innere, lebendig Machung durch den Geist erfolgt sein. Jeder Mensch braucht diese Wirkung des Heiligen Geistes, denn ohne sie kann er weder geistlich sehen, noch erkennen, noch schmecken, noch hören und er nimmt das Wort der Wahrheit nicht wahr. Das ist der Grund, warum, wenn du mit jemandem Ungläubigen über die Wahrheiten der Bibel sprichst, er dich entweder blöd anguckt oder dir feindselig gegenüber gestimmt ist, weil er sagt, das ist alles Quatsch. Er kann es nicht wahrnehmen. Jesus sagt es selbst, Johannes 3, Vers 3 zu Nikodemus, der sich Jesus des Nachts näherte. Wahrlich, wahrlich, sagt er, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht. Ungläubige Menschen können von Gott im rettenden Sinn nichts wissen. Der natürliche Mensch, 1. Korinther 2, 14, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und hier wieder, und er kann es nicht. Er ist schlichtweg nicht in der Lage. genauso wie du einer Ratte nicht das Fliegen beibringen kannst. Sie kann es nicht. Genauso wie ein Pferd niemals bellen wird. Es kann es nicht. So wird auch der natürliche Mensch Gott in diesem rettenden Sinn nicht wahrnehmen. Jesus noch mal. Das Original. Er sagt, niemand kann zu mir kommen. Es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Sehen wir die Unfähigkeit von uns, uns Gott zu nähern? Wir können es nicht. und doch sitzt du heute Morgen hier und lobst Gott an diesem Sonntagmorgen. Warum? Weil du es kannst? Nein. Weil Gott seinen Geist gesandt hat, der dein totes Herz an einem bestimmten Tag in deinem Leben lebendig gemacht hat und du plötzlich sehen konntest. Und du jetzt heute Morgen hier sitzt und sagst, danke Vater im Himmel für deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für meine Sünden gestorben ist, der bezahlt hat für alle meine Schande und mein Versagen, der mir die Last meiner Sünden genommen hat, der mir Vergebung zugesprochen hat, der mein Herz befreit hat von allen Ketten und ich preise dich dafür, dass du das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha getan hast und dass du deinen Geist gesandt hast, der mir das alles erklärt und ich nun weiß und versiegelt bin bei dir sein und wenn diese Welt auch zergeht und die Lügen überhand nehmen, weiß ich doch, die Wahrheit ist allein bei dir zu finden, gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus, Amen. Der Heilige Geist hat einen wichtigen Job, er hat dich lebendig gemacht, ohne dieses Werk gäbe es nicht einen einzigen Christen auf der Welt, aber der Geist arbeitet und er tut es und hat es und sagt ich habe das noch nicht erlebt, dann sage ich dir, bitte ihn, bitte ihn doch einfach, Herr komm, sende dein Geist in mein Herz, dass ich das begreife, weißt du was, Gott wird antworten und er wird dein Gebet erhören. Was ist noch seine Aufgabe? Wir haben gesehen, er verherrlicht Jesus, er ist ein Geist, der die Wahrheit spricht, er schenkt die Wiedergeburt und viertens er ist ja Halleluja und das ist natürlich was uns auch so tröstet, er ist unser Beistand. In Kapitel 14 Vers 16 Jesus noch einmal und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Parakletos ist hier das Wort. Ein Beistand ist jemand, der dich stärkt, der dir Kraft gibt und das ist jetzt besonders an die Gläubigen gerichtet. Der Heilige Geist ist von Gott gesandt, um dir Kraft zu geben, um dir beizustehen, er gibt dir Kraft, um für die Wahrheit einzutreten. Das tat der Heilige Geist bei Petrus, wir erinnern uns, wie er zitternd dastand und Angst hatte, als die Magd im Hof des Hohen Priesters sagte, den kenne ich, der war doch auch mit dem Jesus, während Jesus oben verhört wurde und Petrus ihn verleugnet und sagt, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Und aus diesem wankelmütigen und zaghaften und zaudernden und ängstlichen Petrus ist, nachdem er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hat, ein mutiger Bekenner des Evangeliums geworden. Und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich mir Jesus zu sein. Petrus stand dann, als die Leute sich wunderten, was zu Pfingsten geschah und alle durcheinander redeten, stand er auf und hat den Leuten gepredigt, die mächtige Pfingst predigt und er hat ihnen erzählt, dass dieser Jesus Christus der ist, den ihr gekreuzigt habt, das hat er mehrfach gesagt. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen, sondern war mutig. Wie konnte das sein, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es war nur möglich, weil er den Beistand hatte, den Jesus Christus ihm verheißen hat. Also, er ist ein Beistand in dieser Form, dass er dich stärkt. Aber er ist nicht nur ein Beistand im stärkenden Sinn, sondern er ist auch ein Beistand im tröstenden und auch im fürsprechenden Sinn. Denn dasselbe Wort Parakletos findet auch Verwendung in 1. Johannes 2, Vers 1, wo Johannes schreibt, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, ein Parakletos bei dem Vater, und hier ist es jetzt Jesus Christus den Gerechten. Mit anderen Worten, beide, der Heilige Geist als ein Beistand, ein Parakletos hier auf Erden für dich und Jesus Christus, ein Parakletos vor dem Vater, treten für dich als Christ ein. Du hast den besten Fürsprecher, den besten Beistand, den größten Tröster, den du dir überhaupt wünschen kannst. Und sie beten für uns, Hebräer 7, 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus betet im Himmel für uns und wir wissen, dass in einer Weise auch der Heilige Geist für uns betet und uns hilft zu beten, denn in Römer 8, 26 steht, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Mit anderen Worten, wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst, wenn du dich allein fühlst und nicht mehr Kraft hast für irgendwas, dann kommt der Heilige Geist als dein Beistand und als dein Fürsprecher und als dein Tröster und das auch in die Situation hinein, in der du dich befindest. Wie immer die aussieht hinsichtlich deines Zeugendienstes, aber vielleicht auch die persönliche Nöte, die du hast in diesen Tagen, die Aufgabe des Geistes ist, dich zu trösten, dir beizustehen, dich aufzubauen, dir zu helfen und dir Mut zu geben, den Namen Jesu in dieser Welt zu verkündigen. Er ist also Beistand, Tröster und Fürsprecher. Ja, und dann natürlich, ihr Lieben, es klang schon an, aber als letztes sehen wir auch, dass der Heilige Geist uns Kraft für unseren Dienst für Gott gibt. Als Jesus auferstanden war und den Jüngern mitteilte und sie vorbereitete, dass er in den Himmel fahren wird, da haben sie diese Frage gehabt, Herr, ist jetzt der Moment, nachdem du jetzt auferstanden bist, ist jetzt der Moment, wo du dein Reich aufrichten wirst, also das Königreich David wiederherstellst in politischem Sinn, ist jetzt der Moment, dass du uns befreist von diesen elenden Römern, ist jetzt der Moment gekommen. Und was hat Jesus geantwortet, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Jesus hat gesagt, beschäftigt euch nicht mit der Frage, wann wird was geschehen, das ist nicht eure Sache. Und dann sagt Jesus diese berühmten Verse, und das ist Jobbeschreibung des Heiligen Geistes, er sagt, sondern, tut das nicht, sondern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Das ist zu Pfingsten passiert. Die Verheißung Jesu hat sich erfüllt, der Geist Gottes kam auf diese kleine Schar verängstigter Jünger, die nur menschlich gesehen keine Ressourcen hatten, um das Evangelium in die Welt zu bringen. Und er erfüllte sie mit Kraft aus der Höhe, sodass von diesem Moment an eine Welle losbrach und die Botschaft von Jesus sich Stück für Stück immer weiter verbreitete, bis sie sogar nach Hamburg-Stellingen kam und du heute morgen hier sitzt. Warum? Weil damals der Heilige Geist in Kraft auf die Jünger kam. Und damit hat er ja nicht Schluss gemacht, sondern er sendet seinen Geist auch heute noch in Kraft auf seine Kinder. Und wie das geschah und wie sich das entwickelte, es berichtet uns die ganze Apostelgeschichte. Als sie im Gefängnis waren und der Engel kam und sagte, sie sollen gehen und das Wort mit Freimütigkeit verkündigen, gingen sie und predigten. Als Petrus vor dem Hohen Rat war, verkündigte er mutig das Evangelium. Überall wo sie waren, standen sie auf und haben nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Und als dann der Widerstand so groß wurde, in Apostelgeschichte 7, dass sie Stephanus steinigten und als Ergebnis der Steinigung die Christen sich zerstreuten in die Gebiete, heißt es in Kapitel 8, Vers 1 von Judäa und Samaria. Da wurde das Wort Jesu erfüllt, was sich dann weiterhin erfüllt hat bis heute. Sie gingen, da haben wir es wieder, nach Judäa und Samaria. Und interessanterweise würden wir denken, ja, sie gingen siegreich und triumphierend von Jerusalem aus. Nein, 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 sie gingen geschlagen, verfolgt und sie wurden zerstreut, aber Gott hat diese Zerstreuung benutzt, um sein Wort wahrzumachen, dass nach Judäa und Samaria das Evangelium kommt und dann heißt es dort, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, das konnten sie gar nicht, aus ihrer eigenen Kraft, verfolgt, zerschlagen, gefangen genommen, gesteinigt und dann zerstreut nach Judäa und Samaria und was machen sie? Sie predigen weiter, sie verkündigen weiter. Niemals ist das möglich aus eigener Kraft, sondern sie hatten den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, er ruft auch heute noch in diesen Dienst. Das ist das Werk des Geistes. Er rüstet uns mit Kraft zum Dienst aus. Und ich möchte heute morgen in diese Halle hineinrufen, dass Gott auch heute noch zum Dienst beruft. Er ruft Menschen, Männer und Frauen, die sich bereit machen, ihm zu dienen. Und er lässt uns nicht dies aus eigener Kraft tun, sondern er gibt uns seinen Geist. So hat er es bei Paulus und Barnabas getan, dann weiter später in Apostelgeschichte 13, als sie auf die erste Missionsreise gegangen sind, da fasteten sie und fragten und dienten dem Herrn. Da sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. und dann heißt es weiter in Vers 4, diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist zogen hinab und sie verkündigten das Evangelium in der damaligen Welt. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Ja, sie ist auch seine Diener und Dienerinnen mit der Kraft zu versehen, die sie brauchen. Meine konkrete Frage an diesem Morgen ist, ruft Gott dich vielleicht nicht auch in solch einen Dienst, dass du dein Leben niederlegst und sagst, ich möchte dem Herrn dienen, ihm folgen, meine Ressourcen für ihn einsetzen. Ich will ihm vertrauen, dass er mir die Kraft gibt, die ich dazu brauche. Er hat sie verheißen und er ruft auch heute noch in die Mission. Er ruft auch heute noch in den geistlichen Dienst. Er ruft auch heute noch in ehrenamtliche Mitarbeit. Er ruft auch heute noch seine Kinder, die Hand mit an den Flug zu legen und nicht zurück zu schauen, sondern nach vorne zu blicken. Und wenn du in diesen Tagen kämpfst, deine Aufgabe im Reich Gottes niederzulegen, dann lass dies eine neue Ermutigung für dich sein. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, um zu dienen und nicht um das Werk niederzulegen. Gott ruft. Er gibt Kraft. Was ist der Job des Heiligen Geistes? Er verherrlicht Jesus. Er spricht Wahrheit. Er schenkt die Wiedergeburt. Er ist unser Beistand und er gibt Kraft zum Dienst. Und dafür danken wir ihm. Amen. Er schon das ist das es 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 ist es für es 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 Bis zum nächsten Mal.